Er ist unterwegs. Er stellt Fragen, die sonst keiner stellt. Er bekommt Antworten, die keiner versteht. Er geht an Orte, an die sonst keiner geht. Volker Racho ist der Reiseleiter. Wir haben uns durchgearbeitet, durchs Zelt, durchs Publikum durchgearbeitet und wir sind jetzt hier in einem richtig schönen, warmen Platz angekommen, wie man sieht. Beim 1. Oktoberfest 2015 live aus Heide. Mein Name ist Volker Racho, ich bin der Reiseleiter. Was hast du gerade gesagt? Das ist die beste Toilette ever. Denn sie ist die wichtigste Frau heute. Sie ist die Toilettenfrau. Schönen guten Abend, Sabrina. Hallo. Sabrina, seit wann bist du schon hier? Seit heute Mittag um 5. Aber jeden Tag, also Donnerstag, Freitag, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Woher kommst du? Aus Heide. Und das ist ein Job mit viel Einsatz. Gebt man sich da diesen Job her, ne? Ja, also sollte man schon. Da hast du ein Fan schon wieder. Sie ist die beste Toilettenfrau. Siehst du, warum? Sie gehen auf ein Toiletteres Herrenklo. Ja? Das ist der Hammer. Wahnsinn. Ganzhaft. Hier geht die Luzi ab, ne? Ich bin ein bisschen betrunken. Das sieht man sogar ein bisschen. Nein! Aber scheiß drauf! Toilettengang ist einmal im Jahr. Und so soll es sein. Sabrina, gibt es hier irgendwelche Sachen, die dich sehr negativ geflasht haben, wo du sagst, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Auf die Toilette gehen und kein Geld bezahlen oder hat jemand daneben gekackt oder, oder, oder? Sorry für die Wortwahlen. Hör mal auf! Gestern hatte ich ein vollgekacktes Kuscheltier um der Toilette, aber man macht es gerne. Ein was? Ein vollgekacktes? Kuscheltier. Was war das? So ein Hündchen. Ein Hündchen? Gizmo oder sowas? Ja, so eine Art. Aber wie ich sehe, manchmal schmeckt, du hast ja viel zu tun, ne? Du hast ja richtig viel zu tun. Viel, 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 ja. Reicht das Klopapier denn noch, Sabrina? Wie bitte? Reicht das Klopapier denn noch? Ah, nicht mehr lange. Aber es ist ein warmer Standort, das ist gut. Und ich gebe dir gleich zwei Euro, dafür darf ich den ganzen Abend umsonst auf den Klo gehen. Machen wir den Deal? Machen wir. Sabrina, Dankeschön für das Interview. Wir gehen zurück in die Sendezentrale. Hey! Volker Racho ist der Reiseleiter.